Frühling in Zeeland. Frühling in Holland. Man sieht, wie schön das Wetter hier ist. Ist natürlich noch kalt draußen. Wie man auch so an diversen Radfahrern rechts und links sieht. Aber es ist halt Frühling in Zeeland. Bitte dem Straßenverlauf fünf Kilometer folgen. Man stand da, dass es nicht überfahrbar ist. Ich glaube, wir müssen anders. Wir wollten nämlich nach Seruskerke. Aber da kann man hier, glaube ich, nicht rein. Doch, rein. Doch, doch, doch. Doch, ne? Doch, doch, doch. Ah, hier haben die gebaut. Hier ein paar länger gemacht. Ich darf es nur noch 30 fahren. Das ist noch vernünftig. Upsa. Das war ein Drempel. Upsa, wieder ein Drempel. Also hier durfte man in Seruskerke früher 60 fahren, was für mich auch unverständlich war. Das haben sie jetzt auf 30 gemacht. Was ich auch richtig finde. Wieder ein Drempel. Aber man sieht, die bauen hier noch in Seruskerke. Da kommen wir nicht durch. Also müssen wir doch ein Weg machen. Denn wir wollen von Seruskerke nach Ostenkapelle. Dann fahren wir mal ein bisschen durch Wohngebiete. Auch immer schön hier in Seruskerke. Jetzt links abbiegen. Das ist schön, wenn man ein Navi hat. Der erzählt auch noch, wo es her geht. Wo es her geht. Ja. Bitte in 130 Meter am Ende der Straße links abbiegen. In Richtung Ostenkapelle. Dann am Ende der Straße rechts abbiegen. Das ist ganz warm. Auf die N 287. Das ist ja schon im offenen Auto fährt. Jetzt links abbiegen. Tja, was heißt Durchgangsverkehr gesloten. Das ist ja nicht so. Ja, das ist ja nicht so groß genug. Bitte in 100 Metern am Ende der Straße rechts abbiegen. Auf die N 287 in Richtung Ostenkapelle. Ja, da kommt man nicht hier nach dem Ostenkapelle. Da kommt man den gestern. Ja, sind doch oben rum. Ich glaube, wir müssen dich überdehlen. Und dann hat er diesen Primo. Und dann hätten die es unterbrochen. Aber auch schon gefahren sind. Und dann haben wir die Vurkern abbiegen. Halt. Das war so schnell. Und dann haben wir uns auch zurückgezogen. Und dann haben wir die Vurkern. 因 dass wir die Vurkern abbiegen. Und dann haben wir noch wieder damit nach banging. Und dann haben wir noch einmal nach? Und dann stange einmal nach. Ich bin im Üst der Korn aus der Vurkern.